Weiter geht es mit Christopher Lorenz, der uns zum Thema Radparking etwas erzählen wird. Ja, jetzt hört man mich. Wunderbar, du hast auch sieben Minuten. Ja, mal gucken, ob ich das auf sieben Minuten irgendwie gestreckt kriege. Vielen Dank für die Einleitung. Wie gesagt, das ist so eine Live-Thema, da kann man ja so sehr viel manchmal machen, manchmal dauert es auch länger. Ich glaube, ich habe irgendwo sogar mal einen Talk gehalten, der hat irgendwie zehn Minuten gedauert. Dann ein Lightning-Talk. Ja, wie sagt der Name, ist Christopher Lorenz. Ich bin aus der Berliner Gegend. Ich bestreue auch die Community. Da haben wir morgen nochmal einen kurzen Vortrag. Da werde ich auch die Gruppe Verkehrswende vortragen bzw. kurz vorstellen in dem ganzen Rahmen. Und das ist jetzt hier ein, ich sage mal so, ein Ergebnis des Ganzen. Es geht hier um Fahrradparkplätze in OpenStreetMap. Wie gesagt, in dieser Gruppe beschäftigen wir uns mit Infrastruktur für Fahrrad, wo wir sagen, die Stadt Berlin hat veröffentlicht im Jahre 2019, Mai, also letzten Jahres, alle Fahrradständer. Erfasst wurden die Daten ungefähr 2014. Also sie haben echt fünf Jahre gebraucht, um das zu veröffentlichen. Und wie gesagt, in der Verkehrswendegruppe haben wir uns diskutiert, was können wir jetzt damit machen, wo wir sagen, wir gucken einfach mal, was bietet die Stadt und was ist in der OpenStreetMap drin. Und das Ergebnis sehen wir jetzt hier. Ich habe auch noch neben der Stadt Berlin nach Ornre. Wie gesagt, Berlin-Neukölln ist jetzt ein Stadtteil davon. Die haben auch noch Daten rausgegeben. Und viele andere Städte, die man hier so sieht, als externe Datenquellen, habe ich das hier mal so aufgelistet. Wird dargelegt, so nach dem Motto, wer hat irgendwo Fahrradparkplätze. Ich habe auch Zürich dabei als Stadt, wie gesagt, mit entsprechend unterschiedlichsten Lizenzen. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Ich nehme mal hier Berlin-Neukölln. Wie gesagt, da habe ich eine Excel-Tabelle gekriegt mit Adressen. Und die musste ich dann erst mal etwas geokodieren. Wir haben auch irgendwie, ich glaube noch 20 Stück, die wir nicht zuordnen können, wo wir sagen, wo stehen die eigentlich mit dieser entsprechenden Excel-Tabelle. Und hier haben wir einen Vergleich so nach dem Motto, was ist OpenStreetMap drin, was nicht. Wenn wir mal ein bisschen dichter rangehen, sehen wir hier grüne Punkte, rote Punkte. Wie gesagt, hier ist einer sehr aktiv. Hier haben wir auch mal einen roten. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, wir können das jetzt hier auch mal entsprechend groß machen, sehen wir so nach dem Motto, was ist in den Originaldaten, also was ist in dem Datensatz entsprechend drin. Und hier haben wir zum Beispiel auch einen, der in OpenStreetMap drin ist. Jetzt ist er wieder verschwunden. Wo wir sehen, was ist in den Originaldaten drin. Also Anzahl 4 sagen die Originaldaten. Ist überdacht nein, ÖPNV nein. Also je nachdem, wie die Daten dann zur Verfügung stehen. Und was steht in OpenStreetMap drin, ist unten nochmal zu sehen. Kann man dann auch entsprechend bearbeiten. Und wie gesagt, das ist jetzt eine Darstellungsmöglichkeit. Hier sieht man auch so nach dem Motto, wie viele Parkplätze müssten da sein, wie viele fehlen noch, welche Abdeckung haben wir. Ich glaube, Freiburg haben wir nichts dabei. Ich habe jetzt nicht geguckt. Was haben wir jetzt hier in der Nähe? Ich würde sagen, Zürich ist hier in der Nähe. So mal ganz grob geschätzt. Wie gesagt, hier haben wir eine Abdeckung von gerade mal so über 20 Prozent. Zürich hat glaube ich auch, genau, da nennt sich das Zweiradstellplätze sogar. Und wenn wir das jetzt mal aufmachen, der war Name Velo. Da gibt es nämlich auch, genau, Name Velo und Name beide. Da gibt es so Fahrradparkplätze, die für Fahrräder da sind und auch für Motorräder. Also wirklich zwei Räder als solches. Und wie gesagt, hier sieht es etwas dünner aus. Und wie gesagt, das ist jetzt eine Variante, die ich da eingebaut habe. Die andere Variante, ich habe noch eine Mietkarte. Jetzt nehmen wir mal, wie gesagt, die ist noch so ein bisschen im Aufbau. Wie gesagt, deswegen ist hier noch nicht so viel drin. Ich habe hier unter anderem Nextbike entsprechend drin, aber auch die Berliner Flotte vom ADFC. Die stellen ja Lastenräder zur Verfügung, auch in vielen anderen Städten. In Freiburg gibt es auch eine Variante. Ich weiß nicht, ob der ADFC das auch in Freiburg betreibt, aber auf jeden Fall in Freiburg gibt es auch was. Habe ich auch noch nicht geschafft einzubauen, weil die Seiten noch alle unterschiedlich konstruiert sind. Zum Teil, da muss man dann gucken, wie kriegt man die Daten rein. Und wie gesagt, hier hat man ja entsprechend das Gleiche, so nach dem Motto, was steht in den Originaldaten drin? Was ist in der OpenStreetMap drin? Und hier haben wir zum Beispiel einen, wo ich mal so gelb habe, so nach dem Motto, hier stehen Informationen mit Location-Name drin. Und hier ist sogar gesagt, ja, das Fahrrad heißt hier Luise. Zum Beispiel. Was haben wir hier noch drin? Ich habe hier auch allgemein noch Fahrradparkplätze. Jetzt können wir mal einfach mal nach Freiburg wandern. Hier sehen wir jetzt alle Fahrradparkplätze, die überhaupt in den OpenStreetMap drin sind, also ohne entsprechenden Vergleich. Und jetzt gibt es hier rote und grüne Punkte. Die roten Punkte technisch definiert. Jetzt habe ich hier oben Fahrradparkplätze ausgewählt. Wenn ich hier drauf gucke, sehe ich nur die Knoten-ID. Wenn ich jetzt so einen grünen habe, dann sehe ich, ach, hier sind noch mehr Informationen. Also immer, wenn ich hier oben Fahrradparkplätze sage, so nach dem Motto, was ist das für ein Fahrradparkplatz-Typ? Ist der definiert, ja oder nein? Sehe ich denn, hier ist die Information vorhanden. Also auch in Städten, wo ich das nicht habe. Hier kann ich auch sagen, zeig mir doch mal bitte alle. Jetzt haben wir hier so einen Stand. Dann sehen wir so nach dem Motto, jetzt sind hier noch gelbe dazugekommen. Rot ist nicht definiert. Grün ist genau das definiert, was ich haben will. Und gelb, hier ist was anderes definiert. Hier gibt es dann White Stands. Was das denn genau ist, muss man im Wiki gucken. Wie gesagt, das sind halt die ganzen Definitionen, die aktuell auf der Karte zu sehen. Hier oben könnte ich dann noch filtern, wo ich sage, ich will jetzt hier nur alle grün haben. Dann sehe ich so nach dem Motto, wo habe ich genau diesen Fahrradparkplatz. Zugang kann ich dann noch gucken. Gibt es dann auch nur so nach dem Motto, ich will hier. Berlin gibt es, glaube ich, drei Stück, die eingetragen sind von Cargo-Bikes. Wenn ich jetzt eine spezielle Cargo-Bike-Parkplätze zum Beispiel suche, könnte ich die hier drüber auch entsprechend suchen. Da ich die Daten jetzt natürlich in einer Postgres-Datenbank drin habe, kann ich natürlich auch sagen, ich mache hier ein bisschen Statistik. Ich habe jetzt hier komplett Europa drin, wo ich gesagt habe, wie viele Knoten und Flächen habe ich drin in Elementen und wie viele Parkplätze habe ich wirklich drin. Ich kann jetzt hier mal auch nach Städten suchen. Ich hoffe, dass ich mich nicht vertippt habe. Funktioniert es auch? Ja. Wie gesagt, dann kann ich wirklich Statistik für Freiburg gucken und ich sehe hier, jetzt haben wir hier knapp so über 10.000 Stellplatzkapazitäten, die wir in OpenStreetMap erfasst haben. Und hier unten habe ich dann noch eine Statistik, wie gut sind die Daten gepflegt. Also der größte Teil sind Fahrradbügel als solches mit 57 Prozent, 28 Prozent müssten irgendwie noch nachgefliegt werden. Welcher Typ ist das? Das gleiche habe ich hier für Zugang über Dachungen drin. Wer ist der Betreiber des Ganzen? Wo steht das Ganze? Das ist jetzt hier zum Beispiel in der Gruppe Verkehrswende so eine neue Tech-Empfehlung, so nach dem Motto, steht dieser Fahrradparkplatz auf einem Autoparkplatz? Steht der, also auf dem ehemaligen Autoparkplatz oder steht der jetzt auf dem Gehweg, wo befindet sich der Fahrradparkplatz und ist das kostenpflichtig oder nicht? Da gibt es ja an Bahnhöfen manchmal solche Boxen als solches und die könnten natürlich kostenpflichtig sein. Sehe ich hier so eine entsprechende Statistik. Das gleiche gibt es natürlich auch für Mietstationen. Mietstationen, wie viele Mietstationen gibt es hier, sehe ich hier so nach dem Motto, ja Schreibweisen. Frelo, ich glaube auf unseren kostenlosen Tickets steht das auch in kleinen Schreibweisen drauf. Müsste diese eine hier mal rausgefunden werden, kann ich hier natürlich draufklicken. Jetzt hat natürlich, ja das habe ich gewusst. Wenn ein Leerzeichen drin ist, funktioniert das irgendwie noch nicht so richtig. Wenn ich jetzt aber hier so etwas wie Berlin habe, da ist definitiv kein Leerzeichen drin. Wenn ich jetzt sage, ich wähle jetzt Next Bike, dann definiert er hier entsprechend schon vor. Ich kann jetzt ausführen, ich lande jetzt natürlich Default immer irgendwo in Italien und dieser Vorführeffekt funktioniert natürlich nicht. Ich habe doch gesagt, ich will die haben. Irgendwo hat er was nicht gefunden. Er sucht Fahrradparkplätze, Bicycle, Rindel. Der Operator, sieht eigentlich gut aus. Gut, das ist der Vorführeffekt, wenn man irgendwas live macht. Ich kann dann nochmal was anderes probieren. Passiert auch nichts. Ich habe ja noch eine Minute oder sind wir schon drüber? Ich finde bestimmt irgendwas, was funktioniert. 30 Sekunden. Dann versuche ich es immer auf den Fahrradparkplätzen. Das wäre ein bisschen heavy. Ich kann hier mal... Funktioniert. Wie gesagt, ja. Dann bedanke ich mich. Vielen Dank.